Herr im Himmel, verzeih mir meine Klagen und meine schlechte Gedanke. Schenk der Helene Geduld und Einsicht. Männer, bitte die Umaya, dass du sie auf ihrem Weg begleitest und ihr den rechten Weg zeigst. Amen. Du musst einfach mal kapieren, dass es Menschen gibt, die nicht an Gott glauben. Wie zum Beispiel? Ja, und es tut mir leid. Dieser ewige Stress mit deiner Schwester, das ist auf Dauer... Das ist jetzt vorbei. Vorbei? Ja. Ich habe nichts mehr zum Schaffen mit der Birgit. Maja! Jetzt gibts hier halt Kump. Jetzt gibts schon das! Die Klügere gibt nach. So was soll der? Theo! Ah, der Unfall. Das hast du mir gestern verzählt. Deswegen bin ich im Krankenhaus. Genau. Genau. Ich glaube nicht, dass meine Erinnerung zurückkommt, Matta. Das ist schade. Er hat nur so viele Fragen entdeckt. War ich jetzt hier schon mal in Asien? Nein, wieso? Ich schon. Wie war das da so? Keine Ahnung. Ich bin dann wieder so. Ich bin dann so. Gut, ich bin dran. ganz person different. Auchllte